Verspäteter Auftakt zum Windsurf-Weltcup auf Sylt. Nach einer Flaute am Samstag ging es am Sonntagnachmittag mit der Disziplin Slalom los. Die Wetterverhältnisse, strahlender Sonnenschein, ausreichender Wind und ruhige See. Die besten Windsurfer der Welt treten zu insgesamt 16 Entscheidungen an. Die erste werden WM-Favorit Antoine Albeau aus Frankreich und der Italiener Alberto Menegatti unter sich ausmachen. Sie stehen nach den Ausscheidungsrennen im Slalom-Finale. Der beste Deutsche Gunnar Asmussen war im Halbfinale gescheitert und tritt nun im Losers-Final gegen Sylt-Rekordsieger Björn Dunkerbeck an. Der Wetterbericht macht Hoffnung für die kommenden Wettbewerbe. Der Wind nimmt die ganze Zeit zu. Das Hochdruckgebiet, das uns in Ostwind gibt, soll die ganzen Tage zunehmen. Die Weltcup-Woche läuft noch bis zum kommenden Sonntag. Am Wochenende wird am Brandenburger Strand mit Spannung der Auftritt von Waveriding-Doppelweltmeister Philipp Köster erwartet. Der Wind soll bis dahin Richtung Westen drehen, was höhere See und damit beste Bedingungen zum Wellenreiten bedeuten würde.